Dorgos. Oh, vier Stück. Ja, die kommen auch her. Ihr gönnt mir gar nix. Ich bin der König der Dorgos. Da. Sehr weit rechts. Der hat da vor der Mauer gestanden. Jetzt hat er mich angeschossen. Einer ist down. Ich bin gleich tot. Du stehst halt kacke da. Ach ja. Ich wollte ja gerade rüber wechseln. Ihr müsst halt einfach laufen, wenn ihr scheißt. Ich bin einfach gelaufen. Zwei hier down. Ich habe zwei hier tot. Ich glaube nicht, dass du mich holen kannst, Kevin. Ich glaube, das waren nur zwei maximal, oder? Jemand hat zwei Waffen geknallt. Ich glaube, du stehst auch unter Beschuss von Blanchett aus. Ja, als ob der mich von da trifft. Mich hat er getroffen. Aber nicht auf uns, oder? Doch. Ihr habt gesehen, dass ich aufhebe. Ja, ja. Ich habe geblockt. Nix passiert. Das war ein großer Balken. Um mich ja nur mit den anschießen, schlafe ich. Wo sind die? Ja, das ist nicht so weit weg. Ich weiß nicht, ob die hinter uns halt alleine waren. Nachher stehen die wieder. Also, ich habe den einen von denen gesehen und angeschossen und der andere von den beiden hat mich umgebracht. Wenn da noch jemand ist, hat er nicht mitgespielt. So oder so müssen wir aber hier weg. Ich weiß noch nicht wohin. Vielleicht zurück nach Blanchett und dann versuchen links rum zu laufen. Weil über den Sumpf können wir nicht pushen. Ja, zurück nach Pitching. Oh, links rum. Wir können die Heats nicht geradeaus durch. Und dann haben die auch keine Munition mehr. Das ist deine Hoffnung. Dass an der Gegner die Munition ausgeht. Ich glaube, die schießen von der Mauer aus. Ich suche gerade alles ab. Ich gehe mal Oli zurück nach Pitching oder was er hier gerade vorhat. Die wissen ja mittlerweile auch mit Sicherheit, wo der Boss ist, wenn die jetzt Lockbay gewesen sind. Das ist sicher. Okay. Ja. Dann gehe ich direkt rein. Was war das? Was war das? Ach, dann war der gerade kurz Munition holen bestimmt. Ich bin tot. Von links. Von links. Ja, ich sehe den. War aber ein Bone Dog. Zombie. Mit einer Wanker, Uppercut. Voll ins Gesicht. Wie weit? Ja, gut. Nicht weit. Warte. Boah, 50 Meter. Okay, doch weit. Du bist ganz gut gefallen, glaube ich. Du bist runtergefallen. Bist du noch im Compound? Ja. Der muss da irgendwo links rausgeschossen haben. Also weit links. Ja, da ist gerade ein Hund aggro ins Waldstück gerannt. Ja, da muss der irgendwo sein. Der Hund ist da immer noch aggro. Ich glaube, ich höre hier wen laufen. Was heißt denn hier? Okay. Ja, ich wollte gerade rausgehen. Ich warte kurz auf die Bounty. Da macht jemand Melee. Dude. Oli, bei den Zombies da links zu lassen. Lass dich nicht erschießen da oben jetzt. Ja, ich gebe mir Mühe. Zwei Leute im Osten. Okay. Ja, der im Wasser ist schon unten an der Leiter, Oli. Der ist schon hier. Der ist jetzt schon... Na, ich habe den getötet. Ich habe den getötet. Der ist tot. Komm her. Du musst hier weg, Oli. Gut, der andere lebt wieder. Die sind jetzt ja wieder zu weit. Ja, die sind beide im Osten. Nicht so weit weg. Ja. Na, komm rein und hol dir eine Bounty. Ich habe nur noch eine Sekunde. Ach, schade. Ich würde gerne raus. Ich will nicht hier drin kämpfen. Ja, ich auch nicht. Aber ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Wenn wir rauskommen. Ist doch scheißegal. Einfach irgendwo raus und schießen. So, hier vorne links um die Ecke können wir sie sehen gleich. Da, ich sehe einen. Der läuft gerade nach links. Die sind beide links. Einer ist tot. Okay, der andere ist noch weiter links. Das hat der da lebt. Na, der in die Richtung. Der hat gerade ein Glas Mücken hier reingeworfen. Ich versuche nicht zu holen. Okay, die verfolgen mich auch. Das auch, Oli. Das ist so wie am Arsch. Oh nein. Okay, ich habe hier gerade ganz andere Probleme. Ich habe hier gerade Kevin Probleme. Ich habe Mücken am Arsch und Brenne und... Oh Mann, ey. Ich habe Mücken am Arsch, Brenne und vergiss nicht, dass du auch vergessen bist. Sag, wenn du wieder kämpfen kannst. Der ist hier direkt bei mir. Ich bin soweit wieder fit. Die Mücken fliegen dir glaube ich gerade an. Ja, dann komm raus und wir treiben an. Wir dürfen ihm keine Chance geben. Diese Richtung. Ich kann nicht gucken. Ich gehe jetzt raus. Der ist hier außerhalb von der Mauer bei der Baumreihe. Direkt vor mir. Ich habe ihn angeschossen. Jawohl. Der ist tot. Kannst du noch gucken eine Sekunde oder? Nein. Ich hole ihn Kevin. Nice. Eine Runde, wo ich genau nichts Produktives gemacht habe. Das war vom anderen Spawn, oder? Ja. Da hinter. Nach rechts. Die wollen auf den Compound. Angeschossen. T1. Weißen Klamotten. Nochmal angeschossen. Lebt aber noch. Der andere pusht mich. Ja, ich bin da. Ich habe alles im Blick. Ich sehe mich. Ich glaube auch von rechts. Wo war der denn? Rechts hinten am Durchgang vom Zaun. Also wirklich weit rechts von mir. 45 Grad. 30. Ok. Ich glaube die gehen weiter nach rechts. Also das sind mindestens 2. Fängt langsam an mich zu ärgern dir Väterli. Ich habe den zweimal getroffen. Bewegung Olli. Der ist da jetzt nicht mehr. Da, da, da. Richtung links von meinem Marker. Oh shit. So nah dran. Ich bin hier bei denen auf dem Compound. Das war aber ein anderer als der, den ich eben gerade gesehen habe. Der hat ja Akrot neben mir. Fuck, der Clou hat meine Position verraten. Ich habe ihn angeschossen. Au. Ja, das sind mindestens 2. Der versucht mich hier zu fänden. Ich habe sie beide gesehen. Einer down. Der eine ist in Verlängerung dazu. Rot. Wir haben uns beide gegenseitig getroffen. Der ist rechts von mir. Noch mal getroffen. Ich sehe ihn noch nicht. Der ist weg. Ja, ich sehe ihn. Ich habe ihn. Wow. Noch wer, noch wer. Vom Compound, vom Compound. Ich habe ihn nicht gesehen. Dann würde er irgendwo oben sein. Ne, oben ist noch die Hive drauf. Die Hive ist Agro. Ich glaube der ist unten an der Mauer. Ja. Angeschossen. Der ist dahinter. Hapen. 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 Danke. Du hast aber auf keinen Fall mehr was. Ich meine, die unterirdische Explosionen täuschen einen manchmal ein bisschen. Ja, ich meine, das hätte auch Karmic sein können. Ich hätte auch eher von der Richtung was anderes gesagt. Ja doch, das war jetzt Karmic. Oh, da ist, ich sehe einen, der kämpft gegen Emulator. Der ist, der muss, der muss down sein, den habe ich dreimal getroffen. Das klang zumindest zum Schluss, als wäre er tot gewesen, ja. Ich meine 3-3. Warum rennt der auf die Straße raus und kämpft einfach so im Offenen gegen einen fucking Emulator? Der ist im Innenraum. Ich sehe einen, ich sehe einen hier, in diesem kleinen, in dieser Schleuse. Die werfen hier über mir auf den Balkon Sprengstoff und zwar nicht gerade wenig. Die Hunde waren aggro, ich glaube nicht auf mich. Ich habe hier 87 Typen. Geh weg, geh weg, geh weg. Uli, der ist da. Was ist da drin los bei dir? Ich habe ein paar Typen gemessert. War da eine Bounty dabei? Weiß ich nicht. Bewegung? Oben auf dem, auf dem Balkon? Ja. Ja. Das war wie ein Clowns Auto. Okay. Ja, ich höre Boden. Einer down. Der war an dem Waggon. Ich bin jetzt an den Wagen, doch das ist eine Bounty, Oli. Okay. Der schleicht sich hinten rum. Warte mal, den kriegen wir dran. Ja, 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 ja. Dann muss ich wohl gerade verlegen, komm. Meinst du, der guckt, wenn ich die Bounty aufhebe? Weiß ich nicht. Ja, mach mal. Ja, der hat gedacht, jetzt wäre gute Zeit, ne? Mhm. Ist clear. Fuck. Mosin, Bayonet. Gut, dann looten wir erstmal die anderen 10 Leute noch, die wir hier geschossen haben. Ist komplett sauber. Die Leute stellen sich das mit dem Schleichen immer wesentlich besser vor, als das funktioniert im Endeffekt, gell? Ja. Wie hast du die denn hier eigentlich beide gemessert? Ich habe nur gesehen, dass du dem Phantom nach drinnen nachgerannt hast. Der hier hatte das Messer draußen, der hat aber an mir vorbeigeschlagen, dem habe ich ins Gesicht gemessert. Und dann hat der nach mir geschossen und den habe ich mir dann auch noch geholt. Ja, das habe ich gehört, dass der dann natürlich geschossen hat. So, wir müssen noch mehr Leute liegen. Pew, 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 pew! Wow. Würde ich nicht sagen? Untertitelung. BR 2018